Hallo und willkommen zurück bei Sherlock Holmes' Crimes and Punishments. Ja, letzte Folge haben wir irgendwie nur stupide ausprobiert, um alles herzuleiten, was wir herleiten können. Und sind eine Wand hochgekraxelt. So, dann, äh, nein, wir gucken nicht durchs Teleskop. Ah ja, dann... Hätte ja auch sein können, dass er hier mitgefahren ist. So, äh, Half Moon, da. Ich sag dazu nichts mehr. Ähm, Wiggins, Wiggins? Haben wir jetzt wieder eine Wiggins-Zwischensequenz? Natürlich, haben wir die. Schau hier, Lade. Du wärst besser nach Hause und starten, zu denken, was ein feines Pickle dein Bruder hat sich selbst in. Ha! Aber er wird heute Abend frei sein, weil er innozentig ist. Ja, deswegen, äh, stehst du noch hier rum und, äh, ich ermittel. So, Wiggins, damit er hier nicht die ganze Zeit rumstehen muss, mach mal was Sinnvolles. Wir haben gute Wiggins, Wiggins. Wir haben gut, Wiggins. Wir haben gut, Wiggins. Wir haben sehr interessant, so far. Wir haben Fakt und Details, das confirm Ihre Bruder's innocence. Ich wusste es, Herr Ohm. Aber für jetzt, Wiggins, wir brauchen Ihre Hilfe. Alles, was Sie? Ich brauche, Gav. Das ist ein Zirkus, der in London stoppt hat. Es braucht, dass es zumindest ein exotisches Tier hat. Ein sehr großartiges. Du kannst mich aufhören, Herr Ohms. Ich hoffe, dass diese Kinder nicht in Probleme kommen, Herr Ohms. Ja, du hast ein Aus-dem-Fenster kommen sehen. So, ja, Elefant. Cool. Okay, auf zum Zirkus. Ach, wir haben hier alles andere, haben wir hier schon. Ja gut, es ist auch hier am nächsten Morgen anscheinend. Dann hat man die Leiche schon mal weggebracht. Aber zum... Zu Scotland Yard komme ich auch nicht. Schade eigentlich. Okay. Dann auf zum Zirkus. Schauen wir uns da mal um. Hey, you. Stop right there. Good morning, sir. Pardon me, but why am I not allowed to walk around here? Because it's private. Well, I only wanted to meet the artistes. Hm? You're wanting to apply for... Nah. You don't look like the type of artistic lockpicker that we're looking for. You might be surprised. Wup. There. Why do I think so? Clear off. Okay, also ich komm da nicht rein. Ach, ja. Du bist doch bestimmt hier der Kerl, oder? Naja. Früher mal. Vielleicht. The strongest man on earth. Ja, ja. Mhm. Da. Elefant. Sehen wir denn von hier irgendwas Interessantes schon? Nee, eigentlich nicht, aber es knarzt und quietscht. Hm. Naja, okay, dann... Weiß ich nur nicht, was wir machen sollen. Ah, verkleiden. Okay. Also dann hätten wir auch hier eigentlich gerade... Hätten wir ja dann auch gerade heimfahren können. Dann müssen wir uns jetzt irgendwas Tolles... Die tollste Verkleidung überhaupt raussuchen, um den zu überzeugen, dass wir hier... Zum Zirkus gehören. Äh, Watson, hast du eine Idee? Achso. Ja, ja. Also er begleitet uns nicht. Na, sowas aber auch. So. Äh... Machen erstmal den Kleiderschrank. Freizeitanzug. Dunkler Anzug. Nee, 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 nee. Grauer, heller. Bad Bandit. Bauernkleidung. Ach, nee, jetzt aber... Ja, bist du jetzt hier bald fertig? Das ist aber auch noch nicht... Ja, das wäre doch... Wäre doch okay, oder? Da müssen wir doch abgeranzt genug aussehen. Bisschen schade, dass er sich nicht dreht. So. Äh... Machen wir irgendwie ein Bad? Nee, nicht so. 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 Wohl so als Schloss... Also, wollt ihr irgendwas mit Schlossknacker? Könnt ihr sowas hier ganz gut passen? Aber ich weiß nicht. Das ist... Das ist zu viel des Guten, oder? Ich weiß ja nicht, was er da genau haben will. Oh, ja. Äh... Nehmen wir das. Nur damit wir nicht mehr ganz so aussehen, äh, wie... Als wir hinkamen. Eventuell die Haare. Na, das sieht zu intellektuell aus. Das eigentlich auch, aber egal. Wir nehmen das. Ja. So. So. Dann halt keine Brille. So, können wir jetzt. Schäbige Mütze? Okay. Haben wir sowas? Ah ja, Kopfbedeckung tatsächlich. Ah. Das, die ist nicht schäbig. Das eigentlich auch nicht. Hm. Das ist schäbig. Das ist noch schäbiger. Ich glaube, wir nehmen die zwölf. Ich hoffe, das ist... Ist ihm schäbig genug. Stay where you are. What are you doing here? And where is Sherlock Holmes? Oh, Watson. Das ist, äh... Ja, ich bin ein komplett anderer Mensch. Deswegen, Watson fällt bestimmt auch auf die Superman-Brille-Klarkent-Verkleidung ein. Jeje. Ich hab mir jetzt ja hier keine falsche Nase oder sonst irgendwie was angeklebt. Hier irgendwie so ein olles Bärtchen und halt irgendwie olle Klamotten. Das macht doch keinen neuen Menschen aus einem. Mein Name ist Nigel. Ich bin hier, um die Klamotten zu öffnen. Tätig, oder? Mal sehen. Geh in der Marquee und schau dir selbst zu Charles Foley. Und ich würde dir sehr empfehlen, nicht zu trinken. Hast du das? Ich habe es. Können wir noch mal kurz mit ihm reden? Charles Foley ist in der Marquee. Ja, ja, äh... Nicht, dass wir... Hier auf Zeit irgendwelche Schlösser knacken müssen, da. Darauf hätte ich ja jetzt absolut gar keine Lust. Was ist das? Was sind das für Fächer... äh... Fässer? So, und wo ist jetzt dieser... Foley? Schnüffeln wir erstmal hier rum. Okay. Da ist definitiv ein Riss drin. Gut, aus dem Riesenriss... Wäre definitiv die ganze Zeit schon Pulver rausgerieselt. Judging by the fractions and the scent, I can confirm that it is, in fact, Gunpowder. Okay. So, haben wir noch was? The barrels are roughly clustered. It seems as though they were brought here in a hurry. Ja. Ha... Haben wir noch hier irgendwas cooles? Druckerpresse? Rise up and keep rising from lambs into lions. Those are words of encouragement and defiance. Wow. That's a picture of a contemporary gentleman wearing a Robin Hood hat. Interesting. This poster was clearly made to fire up rebellion amongst the people. This printing press is old, but still quite capable of printing hundreds of pages per day. Hmm. There are enough posters to paste across half of London's walls. Der aber wie... Passt das irgendwie... ...and a great many blank papers. All of this was stolen by the Merry Men quite recently. And these poster samples. I am quite sure it is not a coincidence. The Merry Men are planning some sort of sabotage. Ja. Stop right here. Who are you? Are you Charles Foley? Maybe. They say that I can open any door. Do they now? We'll see you at the lock near the chains on the table over there. Open that. Mhm. Machen wir gleich. Erst gucken wir dich mal an. Erstmal hier den Ohrring. Ohrring ist nix. Nix, 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 nix. Nix im Gesicht. Außer einer schiefen Nase. Aufwändiger Schlüssel. Gesicherter Safe. Wäre ja schön. Da, eine Wunde. Frische Verletzungen. Ja, man sollte aber die Waffe irgendwie nicht so tragen. Also, äh, ne? Ah, halt. Moment. Äh. Da ist der Widderkopf. Da. Also hat er den Widderkopf. Das heißt aber, der war definitiv am Tatort. Aber ich weiß nicht warum. Bandagierte Finger. Mhm. Akrobat. So, ähm. Ja, ich soll das Schloss knacken, hat er gesagt. Dann knacken wir mal. Äh. Puh, ja. Äh. Wie ging das? Okay, das ist die unterste. Das ist die oberste. Drehen. Drehen wir mal. So. Das drehen wir mal so. So. Drehen wir mal irgendwo hin, wo wir irgendwas auch sehen. Könnten wir noch weiter drehen. Ob wir hier noch irgendwo eine Linie haben. Nee. Gut. Dann müsste das doch schon mal so fast passen. Das Problem ist... Das da. So. Das, 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 das. Das passt. Äh. Äh. Hä? Nee, nee. Bewegen. Hier so. Ah, okay. Ist. Ist auf. Nur gut, das war hier nicht, äh, unter Wasser oder sonst wo sind. Äh. Gut. Sollen wir erst noch herleiten? Das mit dem Revolver können wir jetzt hier nirgendwo mehr. Okay, dann, so, hier, ich hab... Ja, ich, ich, ich wollte ihm eigentlich nur sagen, dass wir hier das Ding geknackt haben. Macht ja irgendwie beides gar keinen Sinn zusammen kombiniert. Mann im Jackett, trägt den antiken Ring, das letzte fehlende Stück, sowie ein Revolver unter seinem Gürtel. Das beweist das Folie, der geheimnisvolle Mann im Jackett war, der so geschickt aus der Hafen und Street fliehen konnte. Er beweisen tut's das noch nicht, aber, naja. So. Aber die Chancen stehen halt gut, dass er es ist. So, jetzt können wir plötzlich mit ihm reden. Ah. Well, hey, right. Was ist dein Name? Nigel Shirley. Von York. Ah. Nigel von York. Ich hab nie etwas über dich gehört. Wie hörst du mich? Höh. Äh. Verhafteter Dieb. Turners Aussage, Türschlüssel. Nein? Wählen sie die richtige Antwort aus. Ja, ja. Ah. Nigel von York. Ich hab nie etwas über dich gehört. Wie hörst du mich? Verhafteter Dieb? Okay. Es ist eine lange Geschichte. Ich habe deinen Bruder kennengelernt. Vincent the Butcher Foley. Ah, Foley. Er hat mir alles über seine Verletzung und alles über dich. Natürlich. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Er hat mir gesagt, dass du ein Job für mich ein Tag für mich ein Tag und mir ein Geld für mein Krav. I know just where to search for his legacy. It's all about the Hellenistic treasures, isn't it? Hush, you fool. Now, listen up. You'll come with us tonight, and you better mind yourself. Us? Wait, who's coming then? Billy, Jack and me. And what will I get for that? We'll share the loot, the one you seem to know about. Right. Wait for us at the abandoned manor house on a corner of Ledbrook Grove and Kensington Park Road at midnight. What's in the Hellenhouse? Okay, also das ist halt der Bruder, glaube ich, von dem, der den Schatz da geklaut hat. Finden Sie das geheime Schloss und untersuchen Sie es? Naja, gut. Können wir ja machen. Fahren wir dann auch schon mal hin. Würde ja eher zuerst zu Lestrade fahren. Haben wir? Ne, wir sind schon da. Ich wollte jetzt nochmal die Herleitung öffnen. Hier bin ich, in der Manor. Somewhere inside it sind die Hellenistische Träger. Möglicherweise. Möglicherweise. Und es ist keiner da. Okay. Das heißt, wir sind schon mal vorab hingefahren. Na gut. Dann schauen wir uns dann gleich mal hier um. Beziehungsweise in der nächsten Folge machen wir das. Müssen dann hier sehr wahrscheinlich nochmal einbrechen. Hier lustig Schlösser knacken und so weiter. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.